Wasserwege Wasserwege sind die Lebensadern unserer Zivilisation. Wir sind die Firma Berki aus Haaren und wir produzieren Spezialmaschinen für die Gewässerunterhaltung. Das heißt umgangssprachlich Rasenmäher auf dem Wasser. Unsere Produkte sorgen dafür, dass Wasserwege überall auf der Welt nutzbar für die Menschen bleiben. Das heißt wir nehmen Müll raus, wir nehmen Kraut raus und andere Sachen, die nicht ins Wasser gehören. Wir haben insgesamt jetzt 70 Mitarbeiter, der Großteil davon hier in Niedersachsen und einige im Standort in Thailand und in Florida. Unser Exportanteil liegt ungefähr bei 70 Prozent und die Hauptabstattmärkte sind USA und Indonesien und andere Schwellenländer in Südostasien. Stark im Exportbereich macht uns die Tatsache, dass wir Erfahrung damit haben weltweit Probleme zu lösen. Das heißt, wenn in Madagaskar ein Problem existiert, dann haben wir vielleicht das gleiche Problem schon in den Everglades gelöst. Der Standort ist sehr wichtig für uns, weil gerade hier in West-Niedersachsen eine riesige Bandbreite an passenden Zulieferern vorhanden ist und das hilft uns wirklich sehr. Stolz bin ich in unserem Unternehmen insbesondere auf die Motivation der Mitarbeiter. Wir haben 54 Jahre als Unternehmen und das fühlt sich an wie ein Start-up, weil wir durch den Export so stark wachsen und jeder Mitarbeiter hat Bock, unsere Produkte weltweit zu verkaufen. ait Soviets im mãos im über im